Musik 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 Hallo, ich heisse Gedeon Regli, ich bin Steinbildhauer aus dem Kanton Uri, vom Hospital aus dem Gottergebiet Ich arbeite hier in einem wunderschönen Castello in Milano mit einem wunderschönen Park Musik 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 Ich komme aus dem Kanton Grabunda Ich bin der Jevo Allen Cavitas und ich arbeite als Prüflich als Schreiner Musik 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 Wir finden es sehr, sehr gut, es ist eine große Möglichkeit, dass wir uns in Italien zeigen. Und wie Milan ist es eine große, wilde Mode. Für uns ist es etwas fantastisches. Ja, da kommen sehr viele Leute, weil sie auch interessiert sind, die Handwerkerprodukte. Sie mögen schon sehr viele Sachen. Und es ist sehr lustig, dass jeder Italiener, der vor Ort sagt, schau vor mir, also früher, ganz früher, ich habe immer so eine Schlitte gekocht. Heute haben wir nur noch Plastik. Sie sprechen ein wenig mit den Milanese, die sind auch sympathisch, auch interessiert. Und es ist eine gute Initiative. Es ist mit dem Glück, dass wir hier willkommen zu dieser ersten Aktivität des Kantons Parne des San Gottardo, in der Expo Milano 2015. Es ist ein schönes Zeichen, für mich, das immer in Italien, dass wir in Italien haben, 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 dass wir in Italien haben. In Italien haben wir in Italien die Basel-Lechberg in 2007, für Valese, war ein fantastisch und wunderbarer Motorenkronik. Ich bin immer, insbesondere auf die Aufmerksamkeit der regionalen Autorität, der Lombarde, und die dann, in der Zeit, um die Projekte zu steigern, um auch die Projekte zu steigern. Love is free I got no secret plan, I'm easy to see through Got nowhere to go, but I know what I'm looking for Shake it up, move it up, let it all out Pick it up, stir it up, can't do without